Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu Castle Story, unserer großen Schreineraktion hier. Ja, wir sind ja gerade dabei, hier aufzubauen. Das ist ein Grabenbefehl. Wo ist der Baubefehl? Ach, da drüben ist er geladet mittlerweile. Ja. So, fügen wir da noch eine Reihe hinzu, werden die hier alles schön aufbauen. Ja, wir haben drei Holzfäller, zwei Saubermacher hier. Wobei der eine Saubermacher ziemlich gut dabei ist. Ja, unsere Holzvorräte nehmen auch langsam wieder zu. Unsere Holzfäller sind auch damit beschäftigt, Holz abzutransportieren, dass uns auch Schreiner verwerten können. Das läuft alles ganz gut. Und auch der Aufbau läuft ganz gut eigentlich. Nein, das ist jetzt zu viel. So, packen sie da noch eins hin, dann wäre es gut. Da könnten wir nämlich ja auch auf der Seite zumachen. Also die nächste Line setzen, meine ich. Will zumachen. Aber irgendwie fühlt sich da gerade keiner verpflichtet zu. Ah, jetzt. Ja, okay, so kann man es lassen. Und da haben wir wieder ein Eck. Ich versuche halt immer so einen gewissen Mindestabstand zum Rand einzuhalten. Damit sie erstens da noch ordentlich dran vorbeilaufen können. Und zweitens, wenn wir zuschütten, dass wir dann einen ordentlichen Rand haben. Warum klingt das gerade so nach Einschlafmusik? Also ja, ich weiß warum. Weil es dunkel wird. Und hallo, Corrupt Moon. Oh, unser Aufräumdienst hier. Also Bestiol hat schon fast fertig aufgeräumt. Ja, wir können auch keine neuen Bricktrots mehr kriegen. Wir sind endlich am Ende mit unseren Bricktrots. Yay. Ist ja nicht so, als ob wir schon 20 Stunden in der Partie wären. Und immer noch am Aufräumarbeiten machen sind. So, dann transportiert er den letzten Baustall ab. Von hier. Sehr, sehr gut. Du bist einer von meinen Bildern. So, dann warten wir, bis er wiederkommt. Dann versetzen wir ihn hier rüber zu dem Holz. Kann er hier aufräumen, helfen. Unser solcher Aufräumer werden wir brauchen halt, weil... doch sehr viel Holz ins Abseits fliegt hier an der Klippe. Und da kommen schon die Aufräumer, die werden wir mit dem Aufräumen hinterher. Aber ja, wir sind jetzt auch den Wald losgeworden. Das wird halt noch der Wald hier. Und der Wald, die Wäldchen hier drüben. Und dann ganz zum Schluss der Wald hier oben. Falls wir ihn noch brauchen und falls wir auch die Fläche brauchen, vielleicht werde ich schon hier so aufhören. Also natürlich den Berg abtragen. Wir werden sehen. Gut Ding hat Weile, wie es aber so schön heißt. Klonk. Ja, da habt ihr da unten viel mehr aufzuräumen. Aber so wie es aussieht, können wir hier eine letzte Leit platzieren. Ja. So, dann. So, dann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und auf der Seite sind sie auch schon ein gutes Stück weiter, also auf der Seite. Also eine Line. Auf jeden Fall, weil hier sind nur noch drei, hier sind fünf. Beziehungsweise hier sind drei, hier sind vier. Die wurden jetzt angefangen, die genauso, die sind also noch beide, nicht klonk. Das war's. Sind halt beide noch nicht fertig, wollte ich sagen, bevor es klonk gemacht hat. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, jetzt ist hier eine Line fertig. Das war's. Jo. Können wir's so machen. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020